Ganz schön kalt ist es rund um den Chiemsee. Ich glaube es hat 16 Grad oder so. Du kriegst einen kleinen Temperaturschock nach fast 40 Grad. Jetzt bloß noch 16 Grad. Es wäre ein perfekter Tag, wenn ich nicht meine Brillen vergessen hätte und wenn es 10 Grad wäre. Soll das gar nicht so etwas besser. Soll das gar nicht so gut es mir, wenn man das gar nicht so will es. Soll das gar nicht so gut um den Schiff. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Da vorne ist die Autobahn. Da vorne ist die Autobahn. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich bin so froh um das Ding. Perfekt.